Hallo, schön, dass du da bist auf Lea, der Rundbrief und hier der Kanal dazu. Ja, negative Einflüsse gibt es leider zuhauf. Nachrichten, Meldungen, Impulse, die nicht positiv sind, die bekommen wir leider im Überfluss. Daher Lea. Lea steht für lebensbejahend und Lea, der Rundbrief, der erscheint alle zwei Monate und hier kannst du lebensbejahende Inhalte konsumieren. Lösungsorientierte Inhalte, schöne, positive, optimistische. Und wir wissen ja, alles was hier sozusagen reingeht, das beeinflusst, das triggert uns und das beeinflusst unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Und wenn das lebensbejahend ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal positiv. Und Lea möchte da einen Beitrag zu leisten, um diesen Überhang, diesen Überfluss an negativen Meldungen einmal, ja, vielleicht ein bisschen zu neutralisieren oder aber auch in das Positive überzuschwenken. Daher, wenn dich das interessiert, Lea, der Rundbrief, ihn zu lesen, dann order ihn einfach per E-Mail. Ja, und auf dem Kanal hier findest du auch immer etwas lebensbejahendes Inhalte, wie zum Beispiel Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, was andere Menschen weiterbringt oder irgendwelche interessanten lebensbejahenden Methodiken, Beiträge und Ähnliches. Also schau immer mal wieder gerne hier rein, abonniere vor allem den Kanal, schreib was Nettes unter die Videos, dein Feedback, gern gesehen natürlich und schenke uns deinen Daumen hoch für die Videos, teile die gerne und tätige die Glocke, dann verpasst du hier gar nichts. Und für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Wie gesagt, einfach eine E-Mail schreiben. Ja, bis dahin, ich freue mich auf dich, wir freuen uns auf dich, bis dahin, alles erdenklich Gute. Dein Jens Faber-Neuling